Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display auf meinem Kanal. Wir spielen heute Layers of 4. Und ja, es ist ein Horrorspiel. Und bevor ich es mir anders überlege, fangen wir einfach das Spiel an, weil ich hab Angst. Ich hab sehr viel Angst vor diesem Spiel. So ein bisschen. Minimal. Das wird schon. Heute spiel ich alleine ohne die liebe Xana und D.G. Kelly, weil... Keine Ahnung. Nein, die Xana ist in Holland. Ich bin doch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Loss. Du bist zwischendig. Mhm. Hopeless. Du wahrscheinlich es das verdienst. Aber für dich, da ist noch ein Weg. Eine Weg, um alles zurückzulich. Komm, komm! Das ist eine sehr wertvolle Sache, die du wirklich erwähnt hast. Es endet es. Oskar Wilde. Bild von Dorian Gray. Da sind wir auch schon, spielt da eine sehr hohe Wasserwindigkeit, ich weiß nicht, ruckelt das oder kommt mir das nur so vor? Moment. Ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal so. Wir werden es merken, ob es scheiße ist oder nicht, wenn ich finde, das geht. Ah, scheiße. Ich muss die Massenfindigkeit noch ein bisschen runter machen. Oh, da spiele ich eigentlich ziemlich auch vor, aber das ist halt selber. Okay, hier sind wir. Ich habe einen Zettel. So, soll ich das jetzt einfach vorlesen oder? Ich mache einfach, warte, was macht hier das? Ah, okay, geht auch auf Deutsch, ich muss nicht übersetzen. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen. So, soll ich von weiterem höchst unangemessenem Schreiben an uns Abstand zu nehmen? An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entscheiden sich, entschieden sich daher zu kleinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausprägung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammt. Mit freundlichen Größen, Karl Denton. F... ähm... Pesky... Pest... Pest... Schädlingsbekämpfer. Ich hab vor diesem Spiel irgendwie weniger Angst als überhaupt last. So, kann man hier... nein... dann nicht. Ich muss erst mal mal zurechtkommen. Okay. Das... nenn ich... physisch... äh... physikal... ach scheiße, was soll die sagen? Ach, keine Ahnung. Egal. Vergesst, was ich gesagt hab grad. So, ein Bild. Das kann man nicht umdrehen. Da wird jemand durchgestechen. Wie krieg ich das hier jetzt hier weg? Ah, okay. Rechnung aus. Äh... Ach, scheiße. Das wird noch Probleme geben. Ich hoffe, ich bin nicht... ich hoffe, ich bin nicht allzu überbelichtet. Aber es sollte eigentlich... gehen. Es ist nur grad bei mir ein bisschen sehr dunkel, weil es draußen hell ist und spiegelt meine... ...durch es drehen. Okay, davon können wir nix holen. Ich sehe eigentlich gar nichts. Oh, das ist eine Tür. Meine Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht aus angeführt. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihrem Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist so. Da ist eine Tür, aber ich würde mal sagen, wir gehen erst so hier. Ich weiß nicht, wenn Sie... Ich weiß nicht, dass Sie dieses Gefühl hat, es ruckelt leicht. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Was steht da? Pop-Kill? Ich habe Pop-Kill. Keine Ahnung. Ähm. Da sind Fliesen. Da gehen wir gleich mal rein. Es ist sehr dunkel. Okay, wir haben hier die Küche. Ähm. Okay. Ähm. Ja. Da ist ein Zettel. Ich habe hier gesehen. Ich dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein... Rembrandt hat an eine Pause von Brillant sein gemacht. Wie der Rest von uns ungewöhnlichen Pack einfach geschn... Na... Ich weiß schon. Ja, in anderen Worten, geh mal schlafen, du Trott. Ich kann nicht vorlesen. Es ruckelt doch. Ich sehe das doch. Ich komme gleich wieder. Okay, ich komme gleich wieder. So, ich bin... Ich bin wieder da. Äh, ich muss jetzt noch mal neu anfangen, weil... Äh. Ich habe halt gerade ein bisschen V-Sync und sowas ausgemacht. Ich muss das Spiel neu erstarten und dann... Aber ich habe gerade noch einen Text gefunden. Okay. Wa... Was? Oh, doch. Hey, da ist... Dann halt auf Deutsch. Triumph eines Künstlers. Äh, Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen... Caravaggio... Andere vergleichen ihn mit... Van... Ey... Entschuldigung, weil ich das alles falsch ausspreche. Ähm... Ein von Ehrfurcht ergriffender Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie sich ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von Punkt, Punkt, Punkt ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlicheren Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verloten. Atemberaubend anzusehen, in ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte... Mhm. Für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald nach Wuchs erwartet. Erwarte. Okay, dann machen wir gerade noch hier... Nicht die Kerzen. Nein. Aha. Also die Flasche hatten wir schon. Das Bild hatten wir schon. Was ist da, glaube ich, noch mehr drin? Ich weiß auch nicht. Das ist das Halsband. Und dann sind wir in die Küche direkt, oder? Ich glaube schon. Und dann war hier auch nichts außer dem Zettel, den haben wir ja schon gelesen. Ähm... Da ist noch ein Zettel, wie ich sehe. Ein Messer, das kann ich nicht mitnehmen. Farben gold-rosa, gebranntes Umbra, Sienna, Pinsel, also 25 Pinsel, 50 Luftabfrächer, 10 Kilogramm Äpfel und 30 Mal Schnapp. Gut, das nenne ich mal einen Einkaufszettel. Ach, Mann. Das wird noch dauert, wenn ich damit zurecht komme. Ist das ein Bild? Nein. Ich weiß nicht, ob die Aufmerksamkeit mir immer noch zu hoch ist. Aber eigentlich ist das ziemlich niedrig. Ähm... Da ist noch was, was wir aufheben können. Nö. Nö, nö, nö. Ach, meine Nase juckt. Ach. Ähm... Gut. Das hatten wir ja schon vorhin offen. Da müssen wir da nicht schon reingucken. Ach, verdammt. Da kann man hier irgendwann Licht anmachen. Ja. Die Schweißekammer, ist hier irgendwas drin? Nö. Das geht nur wieder aus. Ich weiß nicht. Ich muss mal grad noch mal in die Einstellungen. Das ist mir sonst zu wenig. Ich lass sie jetzt einfach so. Ähm... Stimmt, jetzt hätten wir das ja nochmal angucken. Hier ist es so dunkel. Ich mag Keller nicht so. Da gehen wir ja später rein. Ich mag die Musik, aber irgendwie mag ich sie auch nicht. Was ist das? Red Poison. Okay. Bisschen Rackengift. F-A-Achilles-Achilles-Achilles-Achilles wohl eher-Prothesen-Einmal-Unter-Knie-Prothese. Wir zum Teufel konnten die bloß die Längelhuse haben. Ah. Träumen wir eine Prothese. Ach, Mann. Ich komme da schon in dieser Zeit. Sehen wir uns im Spiegel? Okay. Wir sehen uns nicht im Spiegel. Gehört das zum Spiel? Äh, ist das ein... Ähm... Warum ist es hier so übelst dunkel? Eine Rattenfalle? Und ihr denkt wo es nicht anmachen? Licht? Ah, okay. Gut. Ein paar Rattenfalle... Boah, viele Rattenfalle, aber... Got a red problem call us now. Little Winnie & Partner Haben Sie noch ein Problem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555 3825 Schnell, effizient und diskret. Ähm... Was ist da hinten? Macht das jetzt was, wenn ich da drauf... Wäre es dunkel gewesen, hätte ich mich vielleicht sogar noch erschreckt. Aber ich hatte ja schon das Licht eingehalten. Ähm... Da waren wir schon drin. Wir können jetzt hoch gehen oder runter in den Keller. Ich geh lieber hoch in einem Haus als runter. Okay, ich mach beides nicht gerne. Unser Haus hat keine... Kein Keller oder... Kein zweites Stockwerk oder... Ich hab immer noch das Gefühl, es ruckelt. Aber gut. Wir spielen jetzt einfach mal so ein bisschen. Können wir nix holen? Okay... Was war das? Ich mach nie weiter. Okay... Ähm... Okay... 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 Gut... Da wollte wohl jemand nicht das Nukleus spielen. Da wollte wohl jemand nicht das Nukleus spielen.